Willkommen bei den Babyzauber-Videotipps. Diesmal die Schwangerschaftsamnesie. Handelt es sich hierbei um einen Mythos oder gibt es die Schwangerschaftsamnesie wirklich? Sind Frauen schwanger, ist das Gedächtnis oft weniger leistungsfähig. Schlüssel werden verlegt und Termine vergessen. Aber woran liegt das nur? Das Gehirn ist schlichtweg im Dauerstress und konzentriert sich komplett auf das Baby und dessen Wohl. Alltagsdinge verlieren da schnell an Bedeutung. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie in der Schwangerschaft etwas vergesslich werden. Sollten allerdings komplette Phasen wie Stunden oder Tage in Vergessenheit geraten, ist es sinnvoll, einen Experten aufzusuchen. Besprechen Sie die Schwangerschaftsamnesie dann mit Ihrem Arzt und lassen Sie sich helfen. Im Normalfall endet die Amnesie jedoch mit der Geburt Ihres Kindes. Freuen Sie sich auf Ihr Baby! Weitere Informationen zum Thema gibt es auf babyzauber.com Oder besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com slash mein.babyzauber Zum�� стil! Wir sehen uns aufgefressen! Pew zu看